Es geht jetzt darum, ein komisches Gleichungssystem zu lösen. Und das heißt, x minus 2y plus 3z gleich 2. Und das ist ein System. Was für ein Gleichungssystem ist denn das vom Typ her? Ja? 3 plus 2. So, und wie löse ich jetzt das Gleichungssystem? Ja? Zwei Parameter. Warum zwei? Ja? Wir haben drei Variablen. Gut, also wir sehen, die Anzahl der Gleichungen ist 1. Das ist keine offizielle Abkürzung, das brauche ich nur bei dieser Unterrichtseinheit. Und die Anzahl der Variablen ist 3. Und was haben Sie jetzt gesagt? Das habe ich jetzt nochmal mir erklärt. Ja? Wir haben eine Variablen rausgenommen, zwei andere Parameter. Also wie viele Parameter brauche ich und wie rechne ich das aus hier in dem Fall? Ja? Zwei Parameter. Wie habe ich es gerechnet? Weil wir nur noch eine relevante Gleichung haben. Mhm. Und? Das ist eins wahrscheinlich. So, also. Okay, also das heißt, wir brauchen... Und welche nehmen wir? Welche nehmen wir? Ja? Die mit der größten Marsche. Aha. Den größten Bündel. Z gleich und Z gleich. So, was muss da jetzt stehen? Zwei, drei. Y, dann sagt vier. Und Z gleich F. Und warum nehme ich dich das X? Weil das ist mit dem Faktor 1 so. So ist es. So, und wie geht es jetzt weiter? Ja? Das einsetzen wir jetzt auch. Wie tieren Sie? X ist gleich T plus 3F. Und jetzt? X ist gleich 2F plus 3T plus 3F. Und was weiter? Ja? Jetzt kann ich die Wirkungsmenge hinschreiben. Das ist XYZ Element R hoch 3. Und dann 2 plus 2T minus 3S. Wie geht es weiter? Äh, T. U. Äh, S. Und dann muss da eigentlich noch dabei stehen für alle. Steh und Rest. So, und das ist die Lösungsmache.